Jo Leute und damit willkommen zurück zu das bekloppten Projekt The Next Generation mit den Flash mit Centus dem blauen Schlumpf Ja du bist der blaue Schlumpf Ja ha Wie man schon sehen kann ist hier einiges geschehen in der Flash Einiges Flash hat zwischendurch noch alleine aufgenommen Also mit VTF und Lenny und ich sehe so aus Weil ich mir meinen Mana Stil Rüstung gemacht habe Und ich zeig mal so was hier geschehen ist so von oben schon mal Dann habe ich eine Spitzhacke Also die Terra Stab Terra Terra statt Terra 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 Das Terra Blade Spitzhacke habe ich doppelt Weil ich dementsprechend schon Mana produziere Und ich habe die Stäbe mir gemacht Den Wasserstab den man eigentlich schon kennt Wo ich durch Mana und die Mana Tablets Also Wasser einfach machen kann Genauso wie ich Erde verbrennen kann Feuerpartikel setzen kann Dass jemand in Brand sitzt Mit den Tentiful Mantel kann ich Erdsymbolen sehen Und dann kann ich Dörten sehen Ja Dann kann ich auch noch Was war das? Äh Coffee Zone setzen Ja Dann habe ich nämlich ein bisschen Das war ein falscher Back Ich bin es in Mana Tablets gemacht Festplatten Das was passt Ach ja den Stab Damit man fliegen kann Also hochkommt Und Naja Bei mir habe ich es ein bisschen übertrieben Wegen der Mana Produktion Wo ich ein bisschen was umgebaut Sieht man schon Eins, zwei, drei, vier Ein bisschen vergrößert Da wird Lava Mit Lava Mana gemacht Damit Diese Wie heißen die Blumen nochmal Mit den Dayblumen Und mit den Nightblumen Ah das waren so viele Und mit den Endoflame Also für Kohle Musst du Kohle geben Dass sie auch Dadurch Mana produzieren Hier Einmal Da Und der ist ein Cheater Ich habe ein bisschen übertrieben noch mit Das Portal habe ich noch nicht Ergilt Weil ich da so eine Aufnahme Machen wollte Und Im Vollem müssen wir nochmals Mal das anschalten Dass es auch Tag und Nacht wird Ja Achso Ich habe mein Schwerst Verzaubert Und den 3 Am Breaking 3 Mit drauf gehauen Eine Spitzsacke hat Sick Touch 1 Am Breaking 3 Profession C 5 Die andere hat genau dasselbe Außer dass sie noch Lack drauf hat Ein bisschen Lack Ah ja Stufe 3 Ohne als Sick Touch Ja Sonst habe ich generell nichts gemacht Hat auch das viel besuchtet Dann Lenny hat ein bisschen übertrieben Hat auch noch sein Haus gebaut Da sieht man ja auch wie das Haus gebaut ist Was ich gemacht habe Ein bisschen mit den Städten Mit der Spitzsacke übertrieben Kann ich ja mal zeigen Ein bisschen Sagt er Ein bisschen übertrieben Ja ein bisschen auf jeden Fall Jetzt haben wir es auf jeden Fall Und zwar habe ich ein bisschen Erze gefarmt Ja ein bisschen Und naja Sieht man ja ne Jetzt habe ich mit 3x3 angefangen Und dann habe ich Dahinten ab 5x5 So eine 64k haben wir schon mal wieder Könnte mal ein paar Casings machen 3 Stück noch Deswegen habe ich jetzt eigentlich ganz gut Ähm Iron Was ich gebrauchen kann Und Gold Und Dears habe ich auch Da Und Wenn ich Enderpellen brauche Brauche ich mich nur Bei den Affen da hinten bedienen Bei den Affen sagt er Ja Weil die Diese kleinen Endermen haben Und da Durch die Map fahren Ne Ja was geht eigentlich Ja aber Ist schon um einiges besser Ja klar Ist um einiges besser So Dann gehen wir mal das Portal aktivieren Das aktiven Ich glaube mein Buch Achso ja Ich glaube mein Buch ist beim letzten mal sterben Futsch gegangen Achja Na gut ein Buch und ein Setzling brauche ich dafür Achja Wir holen uns mal ein bisschen mehr Redstone Da Zack Oh ich hasse dieses Platten herstellen Ja Dann machen wir uns halt ein neues Buch Da haben wir es wieder Geht ja schnell Dann Was brauchen wir denn noch für sich Oh da wird schon wieder Oh da wird schon wieder Oh da wird schon wieder Und dann aktivieren wir gleich mal das Portal Weil die Mana gut sind Und Rechtsklick Wie auch immer Zintusquads Zintusquads Irgendwie funktioniert das nicht Okay Ausgeschaltet Ne ne Ey Normalerweise soll das da gehen So 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 Waren das nochmal Das jetzt wieder raus Das weg Ähm Ach Mist Hab ich noch ein bisschen Wettstoning noch Die Dinge Da hab ich noch was ja wohl Davon 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 Ja voll Living Wood war richtig Hä warum hat der Ding jetzt sich registriert hier Ja Das hab ich auch da unten 19 19 19 Also 1 2 3 Felder Ups 1 2 3 War doch richtig Achso da sind die Dia Dinger Ich wundere mich schon Achso fuck Ja Ich weiß was das Problem ist Was denn Ich hab die Mana Pool zu weit zur Seite gesetzt Naja Nicht schnell gemacht Ist im Umsetzen noch nicht Ja ich muss die Mana Pool erstmal leer machen Oh Also das geht ja Verschwindet sonst 2 1 Und das ist nicht so toll Ich glaube 3 Festplatten sollten erstmal wieder genügen Würde ich auch sagen ne Ha Sag das mal nicht so schnell Ich dachte auch die eine reicht noch Ah kommt selbst in den So ähm Den Stab kurz Oh ich will die Musik grad gar nicht hören Einmal umschalten So Einmal drehen Solltest du wieder Platz haben Jawohl dann können nämlich weiter die Curvys arbeiten Warum wechsel die jetzt mit einmal nicht der Arsch Und Curvys können wieder arbeiten Ja Ja Hat er grad ein bisschen wieder übertrieben Was denn Mana Also hier willst du die Mana Stealing jetzt haben oder halt Ach kann ich mir grad zu Gemüge machen Mana Wer ist das andere denn Wer ist das andere denn Was du noch da hast Diese komischen Diamanten Hm Wer ist denn diese komischen Diamanten von dir Ähm das sind Mana Kristalle Ja Und die werden mit Diamanten gemacht Ja Ja ich hab gedacht dass wir doch was im EME haben was zur Flender gebraucht wird Ach nö passt schon Okay das Ding ist gleich schon leer Na geh mal mal gucken Ach komm das Holz denn schon wieder her Ist ja leer Ist ja leer Ich hab eigentlich genug davon Okay Aber ich die scheiße platzier den Mann Oh ja klar dann reiß ich den ab komm Ich hab grad genug Mana bei mir Ähm Und da hin Auf aufs Dozentes mal Und Und Eins zwei Weee Das ist richtig eingestellt Okay dann nochmal ein zwei Hast du Magnet aus? Äh nein Ja Ja Schönen danke Ja Das ist mir nicht beschissen was du veranstaltest Äh Na Nein Überhaupt nicht Dann schaltet man den Scheiß auch aus wenn man zu mir kommt Ja 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 Oh da kommt was Kommt da kommt wieder so ein Pädophiler Ja Der greift an Diesmal Ja Tot Übrigens hab ich mir auch noch ein paar Red hat Zomit Ja Und Autsch 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 Ich hab mir grade mal zwei Schläge ein halbes Herz abgezogen So Oh Jetzt sind die Dinger voll Habe ich natürlich keinen Platz mehr fick dich doch Mit den Scheißmobs Ähm Erstmal das weg tun Sind die zu weit entfernt dort? Die waren zu weit Ähm Zu weit zum Portal hin Jeweils von den Seiten Da Ah Jetzt ist es an Nun Jetzt Kannst aber Sieht geil aus ne? Kann ich mal reinspringen? Mach doch Passiert nichts Schade Serverabsturz Guck mal Jetzt hab ich ein Buch reingeworfen Jetzt kam es wieder raus Und zwar Ist das jetzt mit einer Elfengeschichte Da drin Aber die Scheiße lese ich bestimmt nicht durch Oder vor Klar Ähm So Schmeiß mir mal zwei Sticks da rein Und gucken Zack Zack Was soll da rauskommen? Was soll da rauskommen? Was soll da rauskommen? Ich hab da grad Ähm Ich hab da grad Ähm Ja man da Dingern Wollst ja irgendwas herstellen Ja Oh Hi Enderman Oder war das falsch? Hallo Enderman Ähm 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 Ich hab da raus